Woop! Und damit herzlich willkommen zur dritten Disziplin. Und wir haben uns aber immer gedacht, warum nicht zwei Spiele vom gleichen Entwickler in dieser Liste haben. Und beide haben einen schicken Arena-Modus, der aber sehr unterschiedlich ist. Gerade eben hatten wir Castle Crashers und jetzt haben wir es hier, Battle Block Theater. Hinein gespielt, ja. Okay, erstes Minispiel ist Seelen, irgendwie so. Also, wir müssen erstmal kloppen und dann den Geist des anderen holen oder so. Mal komm her, du. Oh, ich hab Angst. Ich bin die Nase. Leg dich nicht mit mir an. Ah, nein. Ja, da ist deine Seele. Ich will sie haben. Nein, ich meine. Hast du dich schon wieder eingesammelt oder so? Ja. Ah, okay. Interessant. Glamour, du. Du Schlingel. Ah. Oh. Wo bist du? Weg. Ah. Ah, nein. 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 Ja. Nein. Ich hoffe, ja. Was ist das? Hol' mich doch. Ah, du blöde Hure, ey. Hol' mich doch. Nein. Nein. Du bist heilig. Dreckig. Wo bist du? Ich bin weg. Ah, mein Witz. Hallo. Oh, scheiße. Wer hol' mich doch. Hol' mich doch. Ah, scheiße. Okay, ich verstehe. Man muss einen nur einmal berühren. Oh. Ja, genau. Sehr einfach. Nein. Get on my level, noob. Nein. Oh, man. Nein. 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 Oh, shit. Try good. Ja. Ich will gewinnen. Nein. Ich werde gewonnen. Was? Du. Hab ich? So knapp. Yeah. Also, so lange geht ihr ein Spiel eigentlich. Wir können ja auch theoretisch... Dann hätte ich eine Nei machen. Ja, nur ein paar Minispiele davon. Also nicht alle. Und die werde ich auch so nicht. Au. Nein. Okay, man muss einfach nur auf einen steigen. Nein. Och Mann, ey. Oh nein, wie glänzt man nochmal? Ah. 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 Ah, ich kann die ganze Steuerung schon gar nicht mehr. Scheiße. Ja, ich auch nicht. Ich hab's auch nicht, liebe Geschmack. Ähm. Ah, schnell. Oh Gott. Das gibt's doch nicht. Weißt du, ich halt... Äh, ich sag's dir. Ich halt einfach... Ich... Au. Egal. Was? Ich weiß nicht wie. Aber ich hab' nicht so trainiert. Ich glaub' das geht an dich. Wahrscheinlich... Was? Oh, ich... 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 Habe ich Steine überhaupt nicht. Nee, hast du nicht. Sonst wirst du leuchten. Äh. Äh, verdammt ey. Äh. Ich hab's nicht überholen. Ich weiß es nicht. Äh. Ich hab's nicht überholen. Ich hab's nicht überholen. Ich hab's nicht überholen. Ja, ich schlag dir auf die Schnauze. Mit meiner Nase. Moment. Okay. Ui. Ich hab' mich verschlupft. Hast du verdient. Aaaaah. Okay, dann geh' mal los. Einfach klommen wir dir jetzt ab. Ey, ich hau' dir auf's Maul. Trust me. Mäh. Hohoho, ich hab' Zahn voll meinen Ultralis. Äh. Oh, du blöde. Hh. Ah. 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 Bähäärö. Nein, nein, nein.. Ach, shit! Ah! 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 Oh, gaaood! Hahaha! Ah, ssss! Oh! Oh, no! Oh, das war schon. Oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh nein, ich habe aus Versehen den Browser geöffnet, nein! Komm noch her, du! Nix! Okay, das hast du, glaube ich. Da hast du. Der Hund! Da freut er sich. Ah! Nichts für trotzen, wenn die die. Es geht nicht um die Skills, Claudio. Ich glaube, das hast du noch nicht verstanden nach Castle Crusher. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Ah, ah 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 Ehm 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 Nein Was trotzen? Wien Ehm Ehm Ah 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 Ehm Ehm Mag zwar süß aussehen, aber gut Ehm Dreckiger Ehm 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 Weiß auch nicht Ja, wieso ich nacken? Ja, das hast du gewonnen. Gleichstand! Ja, siehst du. Siehst du. So, wer zuerst die meisten Blöcke farbig angemalt hat, der hat gewonnen. Ich kann ja auch einfach den ganzen Zwischenkram rausschneiden, ja? Dann lass uns vier Spiele machen. Dann passt das. Aber ich denke, wer fünf Spiele gewonnen hat oder so. Ah, das war das. Oh nein. Ich kann mich noch daran erinnern. Ja. Ach. Nein. Machst du bestimmt deine incredible Skills am Start. Das war. Aber ich sag dir eins, Cloud-Meister. Nicht mit mir. Doch, doch. Mit dir auf jeden Fall. Das ist, äh, das ist fies. Aber könnte wahr sein. Äh. Ach so. Oh, nee. Ich kann gar nicht deine einfärben. Scheiße. Oh, fuck. Ich seh ja gerade erst, dass ich, äh. Nee. Ah, ich hab mehr eingefärbt. Ach, scheiß Dreck. War mir so klar. Aber interessant, dass das... Ich dachte auch, das wäre irgendwie so gewesen. Aber anscheinend ist das nicht so. Ach, ich dachte mehr ich ziemlich äh, vielleicht halte es etwas, was ich existier... Sag vor allem nicht kann... Hahah инт, okay. Ja, 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 ja. Hm, okay. Hm, okay. Decolorizing. Hä, was? Ich weiß auch nicht. Oh nein! Ach, jetzt ist die... Jetzt darf, durfte man umändern. Scheiße, das hab ich haus noch verloren. Ich weiß nicht, was du für dreckiges Scheiß-Sachen da machst, aber das geht nicht mit rechten Dingen zu. Jetzt hab ich den hier. Hab's gehört! Ihhh! Ich bin auch MVP-Kopf. Oh, du bist nicht. Das hast du gut gemacht. Ich glaube, das ist der Trostpunkt. Ich glaube nicht, den kriegt auch manchmal die Gewinner, oder? I'm the most valuable player. Au. Oh. Geh weg von mir! Du hast hier nichts verloren. Oh. Okay, hast recht. Hier den anderen. Geh weg von mir. Oh nein! Was machst du denn? Oh nein! 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 Was kann ich sagen, wie kannst du in diesem Spiel mal mehr Punkte haben? Umso besser. Wenn ich gewinnt, dann hab ich gewonnen. Das macht irgendwie Sinn, ne? Wenn ich gewinnt, dann hab ich gewonnen. Ja, in der Tat. Nein. Oh, come on. Mieser Kleinschwänziger. Was soll das denn sein? Was sollst du sagen? Ich hab einen vor mir da ab. Ich war nicht. Was sollst du? Oh, die kann ich besser. Oh Gott. Ich hab verloren. Echt? Oh, das wäre sehr nice. Keine Chance. Keine Chance, ich weiß nicht, was du mit diesem Spiel machst, aber... Yeah! Ich hab keine Ahnung, wie du das tust. Oh, du machst es. Gut. Okay, Karsten, Junge. Karsten. Ach, Karsten. Oh Gott. Put that burger right in his grill. Nein. Nein! Oh. Ah, was? Ja, der ist weg. Oh, der ist weg. Kleiner. Hundsgemeiner... Nein. Du dreckiges Fickvieh! Was ist das hier?! Das ist doch... Oh du... kleines... dreckiges Ding! Wachs nur ab, wenn Worms kommt, dann zerfick ich dich! Nein! 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 Ich hasse dich! Ich hasse dich! Oh nein, das wollte ich nicht! Das war in der letzten Chance, ich muss es hier gewinnen, um wieder in Gleichstand zu provozieren! Ich bin zu dumm und eins! Oh shit! Oh man! Oh mein Gott! Ich krieg die Scheiße nicht hin! Warte, ich helf dir! Fick dich! Ab, 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 ab. Okay, das erste spielt ja dann mich. Okay, wenn ich das gewinne, dann hast du verloren, danke! Ja. Ja! Aber es braucht mir sehr viel Spaß! Was? Wie macht das? Keinen Spaß. Finde ich schön. Ah, geil. Okay, was soll ich sagen? Ah. Achso. Oh, ich muss. Hallo, ich ziehe. Ach, shit! Was? Was? Nein, ich hab's nicht geschafft. Oh Gott, ich erwachsen. Mann! Was ist das? Kriegst du nicht hin? Scheiße. Oh Gott. Was ist das? Oh nein. Oh ja, geil. Nein! Nein! Oh 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 nein! Warum pass ich mir das auf an? Ich bin so kack in diesem Spiel! Ich will das nicht mehr. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich bin so kack in dem Spiel! Ich will das nicht mehr! Oh nein, das ist gut gemacht! Ja! Ja... Ach, ich... Uuuuuh... Ab... Äh, äh... Du da, Gubbaa! Ja! Fick Battlestroxy, Alter! Fick dieses Spiel! Fickst Schellamtdauer, verdammt nochmal! Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder! Fickt euch alle! Scheißdreck, Alter! Ich bin die Muspel hier im Pussel! Ah, okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder!